Ja, das ist so ein Zustand, den man verfällt und dem Weinrausch sehr verwandt. Allen Lebewesen auf dieser Welt ist er nicht ganz unbekannt. Du wirst ihr nicht entgehen und wenn der Baum auch wirst, sie wird darauf bestehen, dass du der ihrige wirst. Dieses Spiel, den Atem dir raubt. Keine Regel, alles erlaubt. Da gibt's keinerlei Erklärung für Verlust und für Bewährung in dem meistbeherrenden, geistverwirrenden Spiel. Es gibt keine vernünftige Erklärung für Verlust und für Bewährung in dem höchst bewegenden, schwindelerregenden, schwer beschreiblichen, männlich-weiblichen, meistbeirrenden, geistverwirrenden Spiel. Na, Fräulein, oder vielmehr, na, gnädige Frau.